Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es die erste dynamische Duo Squad Building Challenge, außerdem zum Wants to Watch Team eine neue Upgrade SPC. Und ich kann euch versprechen, morgen Mittag gibt es nochmal ein separates AR-Video mit mehreren 78 Plus Upgrade Packs. Wir werden heute schon einige machen hier in dem Hauptvideo, aber auch morgen Mittag nochmal in einem separaten 20 Plus von den 78 Plus Upgrades auf jeden Fall uns machen und dann reinschauen, ob eben das Ganze top oder eher flop ist. Und die Frage stellen wir uns heute auch in Bezug auf die dynamische Duo und natürlich die 78 Plus Upgrade SPC in dem heutigen Abendvideo erstmal. Und ich bin mal gespannt, was das Ganze gibt. Falls ihr schon 78 Plus Upgrades gemacht haben solltet, schreibt das rein in die YouTube-Kommentare natürlich. Gerne auch ein Abo da lassen, das Ganze kostenlos, Glocke aktivieren und zerstört ordentlich den Likeband, Freunde. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Und wenn ihr uns die Ehe jetzt mal reinlässt, Freunde, dann wäre es natürlich Ehre, wenn wir uns das Ganze mal anschauen können. Also, let's go und rein da. So, Freunde, da geht es los und wir fangen mal an mit den Zielen. Vielleicht ist da irgendwas Neues am Start? Nein. Und Meilensteine? Nein. Okay. Das heißt, Ziele können wir schon mal abhaken. Das heißt, wir können direkt reingehen zu den SBCs. Ja, und wie sieht es da aus im Live-Segment? Da springt uns direkt die dynamische Duo-SBC entgegen. Primo Goldpack gibt es da als Gruppenrewards. Wir haben sogar 13 Tage, also insgesamt zwei Wochen Zeit, diese SBC abzuschließen. Und da heißt es Meistere, diese Challenge oder diese Challenges und erhalte das dynamische OM-Duo mit Mbemba und Suarez. Und eben ein zusätzliches Gruppen-Bonus-Pack auf den Namen Primo Goldpack gehört das Ganze. Und hier haben wir das Ganze. Zwei SBCs jeweils für jeden einen Spieler. Mbemba, ein 84er-Grader-Squad und ein weiterer 84er für den Suarez. Also, zwei Olympique-Marseille-Spieler wurden ja schon gelegt. Und so wie es aussieht, wir gehen mal kurz rein in eine, ja tatsächlich, also wieder keine Team-Schmie, die wir hier brauchen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, wenn man jetzt berücksichtigt, wir haben zwei Wochen Zeit, Punkt eins, Punkt zwei, eine SBC pro Spieler, das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und bin positiv, auf jeden Fall davon überrascht. Wir gucken uns das Gleiche, detailliert natürlich noch bei Footband an. Heißt, die Upgrades jeweils auf die jeweiligen Karten. Aber jetzt gehen wir erstmal zu der 78-Plus-Upgrade-SBC, denn ich weiß, ihr wollt einige davon sehen. Auf dem Clip-Channel gibt es auch noch gleich, oder heute Abend, wenn ihr das Ganze seht, auf jeden Fall mehr. Wiederholbar, unendlich wiederholbar, wohlgemerkt ist das Ganze. Wir kennen das von letzter Woche, da gab es das Ganze in Bezug auf Vorabzugriffs-Challenge oder Upgrade. Das war auch ein 78-Plus-Pack und ich glaube, das war fünfmal wiederholbar pro Tag oder viermal wiederholbar pro Tag. Das ist jetzt unendlich wiederholbar. Zwei Tage, wohlgemerkt da, ja. Und da gibt es eben ein 78-Plus-Spieler. Was müssen wir abgeben, fragt ihr euch? Ich beantworte euch das Ganze. Und zwar können wir abgeben oder müssen wir abgeben dafür sechs seltene, nicht seltene, nicht seltene Spieler. Ja, also Non-Rares. So, also sechs Goldspieler einfach, sechs an der Anzahl her. Der andere sind Brick-Slots. Und insofern, ja, die können auch out of Chemie sein. Also keine Chemie, die vorhanden sein muss. Wir kennen das von letzter Woche. 78-Plus-Upgrade. Und die Frage, Top oder Flop? Also, deshalb gehen wir jetzt erstmal rein. Und zwar in den Shop. Und da gucken wir uns jetzt diese wunderbaren Sets an. Fünf habe ich schon ready to go gemacht. Das sechste haben wir gerade abgeschlossen, Freunde. Also insofern bin ich mal gespannt, was das Ganze gibt. Let's go. Vielleicht Jan Wolls to Watch. Und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, morgen auf dem Hauptchannel gibt es nochmal ein separates Video. Da machen wir dann mehrere davon. Oh, oh, ja, ja, ja. Nehmen wir schon mal mit. Und Taya Fico nehmen wir mit aus Lyon. Nummer 1. Und komm, Sanchez nehmen wir auch gerne mit. 80er Rating. Sanchez kommt um die Ecke. Es muss ja jetzt ein Wants to Watch Walkout sein. Da gab es da hier und da auch Probleme. Bin mal gespannt, was das höchste Rating jetzt hier aus den 6 Packs auf jeden Fall ist. Und wie gesagt, wenn ihr morgen nichts verpassen wollt, dann gerne auch morgen Mittag in das Video einschalten. Mindestens ein Video hier auf dem Channel pro Tag. Maximal zwei pro Tag. Oh, oh, ja, das ist das, was wir sehen wollen. 86er. Alaba, let's go. Walkout Party, Friends. Sehr, sehr geil. Alaba, was kostest du noch? Ja, bist noch gut dabei, bist noch gut dabei. Let's go. Damit haben wir den ersten Big Pull aus drei Sets. Und jetzt haben wir noch drei. 50% down. Ah, das heißt nix. Oh ja, das könnte One Piece Sucker sein. 80er Rating. Also ich finde sie auf jeden Fall top. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Die 78 plus Upgrade SPC. Also unendlich wiederholbar. Und ich glaube, da kann man jetzt wunderbar auch das Futter, die ganzen Untradable Spieler, die man als Duplikate dann hat, wunderbar reinpacken. Ah, 78er wollen wir natürlich nicht sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ein Versuch ist es wert. Wie gesagt, mach nicht vielleicht zu viele davon. Schaut dann einfach nur die Videos von mir. Und hier geht es wieder nach rechts. Rechter Außenverteilung. Oh, oh, oh. Ich dachte kurz. Ich dachte kurz. Aber es wird Mukele. Und damit das zu meinen 78 plus Upgrades. Zu den ersten sechs Stück. Ja, und damit geht es weiter. Und zwar, ich habe es euch gesagt, gehen wir kurz zu Footbin. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Also, Suarez und der neue Mbemba. Das sind die beiden Karten. Ja, und sonst neue Spieler. Keine da. Und nochmal zu den SPCs. Da seht ihr das Ganze. Jawohl. Kommt sehr gut an. Sogar die 8. Upgrade SPC. Das sind die beiden neuen auf jeden Fall. Hier kommt sie sehr schlecht an. Das kann ich schon gar nicht nachvollziehen. Das kann ich schon nicht nachvollziehen. Das Voting. Warum? Warum? Also ich meine, für zwei Wochen kann man da definitiv nicht meckern. Ich weiß nicht. Ihr seid vielleicht anderer Meinung. Suarez ist auf jeden Fall am Start mit einem Upgrade. Plus sechs Schuss und plus sechs Pass und plus sechs Dribbling. Plus sieben Def und plus vier Physis. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Okay, er kann auf jeden Fall LM, ZOM und Mittelstörmerlog schauweise spielen. Sehr, sehr nice. Physis ist da. Dribbling bei 81 schon. 87 Pace, 83 Schuss. Damit kann man arbeiten. Damit kann man sehr gut arbeiten, würde ich sagen. Und jetzt ist die Frage natürlich, kriegen wir den auf Langsy? Also für die neuen PS5-Spieler sozusagen. PS4 hat das ja nicht zu interessieren. Oh, mit Architekt ist das tatsächlich. Viele ja mit Architekt. Und das sieht brutal aus. Die Physis auf 92. Guck mal, den Pass nochmal ordentlich geboostet. Jesus Maria, das sieht gut aus. Das sieht nach einem sehr, sehr guten Spieler aus. Also, Ina ist schon mal abgehakt und auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Daumen nach oben wert. Oh, und das sieht, oh, er ist so schon mit Basis, Langsy. Oh, oh, Freunde der Sonne. Guckt euch diese Physis-Stats an. Wir müssen mal aufs Upgrade gucken. Oh mein Gott. Plus sechs Pace direkt. Plus vier Physis. Und vier Death. Und außerdem vier Dribbling. Fünf passen wohlgegeben. Oh mein Goodness. Was hat EA denn hier bitte gemacht? Also, Freunde der Sonne. Selbst mit Anchor und Shadow ist er noch, Langsy. Heiliges. Guckt euch das an. Mit einem Anchor 88. Oh yes. Also, Freunde, der gefällt mir. Der gefällt mir auch. Also, beide Karten meiner Meinung nach top. Und wenn ihr Lust darauf habt, wie gesagt, zwei Wochen habt ihr Zeit für das Ganze. Auf jeden Fall das Ganze wert. In die League on reingehend. Top. Also, gefallen mir sehr, sehr gut die beiden Karten, die SPC. Meiner Meinung nach ein Daumen nach oben wert. Eine Top-Geschichte. Und das kann ich auch zur 78 Plus Upgrade SPC sagen. Falls ihr mehr von den Packs sehen wollt, dann schaltet sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Checkt gerne den Clip-Channel unten ab. Oder das neue Video hier. Ist random vorgeschlagen. Geht drauf. Lasst Liebe da. Danke für eure Watchtine. Danke, Leute. Bis zum Ende. Da geblieben seid. Lasst Liebe da. Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. So Borders kein Mord. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen Mittag oder natürlich am Abend. 19 Uhr Content Video. Wieder euer Flo von Archie Gaming. Und euch einen entspannten Abend, entspannten Tag. Je nachdem, wann ihr das Ganze schaut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Ciao, Leute.